oh mein gott der kampf um leben oder tod wer wird gewinnen der rest steht hier einfach und er greift an und der rechte hat gewonnen goliath ist der sieger und was ist da hinten da ist ein wahres david gegen goliath elvis kämpft und er ist am randalieren elvis ist am randalieren den rechten hier werden wir auch mit nach hause nehmen sie haben gesehen sie sind beide gleich stark doch